Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Haven. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und da mussten wir noch ein bisschen mehr Rost sammeln und wie ihr sehen könnt, sind wir von unseren letzten Kämpfen ein bisschen verletzt. Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie nutzen können. Aber ich glaube nicht, oder? Es geht bestimmt irgendwie. Nur an ruhigen Orten, im Nest oder auf Campingplätzen. Okay, dann sind wir wohl nicht an einem ruhigen Ort. Dann ist das den hier wohl noch zu aufregend. Aber wir sind ja hier direkt an unserem Nest. So, dann reparieren wir mal. Okay. Jetzt bin ich jetzt mal fertig. Jetzt müssen wir nur die Wings und die Turbine und die Hypopropellers aus, und ... So, jetzt hab ich es zu Hause. So, dann nicht auch so stumpf. So, es geht es nicht aus, was ein Graschen. Es war einfach ein Feet. OK, dann bin ich echt glücklich. Ja, ich auch. Gut. Dann geben wir mal ins List rein. Bäh! Denn wir müssen uns ja auch ein bisschen heilen. Nicht, dass wenn wir das nächste Mal losgehen, äh, unser zu frühe Tod uns eilt. Und fertig. Es ist alles straight und aus. Alles ist tidy und clean. Beside uns, das ist. Ja, wir sind irgendwie ständig. Auf zu den Schwer, dann? Oblut. Was ist es? Ich habe die Bühne. Oh, do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own Filth? Honestly, can do. Okay. Ähm. Ich glaube, hier könnte man sich auf jeden Fall teilen. Sehr gut. Du? Ja? Ich sehe, du hast dein Haar in der Schwer wieder brusht. Wie kannst du das sagen? Es ist nicht drahig. Oh, sorry. Okay, ich dachte durch, dadurch, dass ich die... Ich habe nämlich eben auf screen mal hier die Renderqualität runter gemacht. Ich dachte, dann würde es nicht mehr ganz so ruckeln in den Frequenzen. Ich weiß auch nicht, warum das plötzlich ist. Aber ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass hier keine Updates mit drin sind. Weil ich habe das selbe Problem auch außerhalb vom Aufnehmen. Sonst hätte ich vielleicht gedacht, dass es vom Aufnehmen kommt. Aber... Uh, liegen da? Ah, okay. Jetzt läuft die Dusse nicht mehr. Ich wollte gerade schon sagen, die Dusse läuft aber noch. Gut. Sehr, sehr gut. Ich will auch so eine Lichterkette haben. Ja, ich hatte nicht tausend Lichterketten, aber die reichen einfach. Ich glaube, wenn ich mit noch mehr Lichterketten einkommen würde, würde man von durchdrehen. Oh. Bestimmt können wir noch mal was kochen. Ja, können wir. Ah, okay. Wir können nicht zweimal das Gleiche machen. So. In den Kühlschrank stellen, bitte. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Wir sitzen da ganz gelassen. Hier ist irgendwas zu machen? Okay. Okay. mal schlafen gehen. Ich will mich, wie gesagt, hier einmal mehr umsehen. Es kann immer sein, dass man hier unten jetzt auch noch was machen kann, außer das Ding zu verlassen. Aber dem ist nicht so. So what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Really? What is it then? Some kind of metal? No, it's not mineral or organic. So what is it? Haha, going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work, then? First of all, you formulate a hypothesis. Then you build an experiment to test this hypothesis. You observe, and you learn. Okay, then what have you learned? That I'm lacking imagination regarding hypotheses. One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea, but I know I'm sleepy, and I want my snuggles before I crash. Gotcha. Uh, okay. All right. You can open your eyes. Surprise-versary! Huh? I meant to say surprise, and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. One month on source. Already? Yeah. I mean, give or take a few days. It went by fast. Yeah. Remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah, and the time we almost died fighting that crater? I hope this is only the beginning. And that I'll have many more chances to almost die with you. Aren't you a charmer? So? Are you gonna open your present? Well, our present. Sure. 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 Aha. What is it? Fermented apple juice. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Hm. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some apple juice. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. Hm, okay. So. Und auf deiner Seite bitte auch nochmal kochen. So. There's kind of an apple dew taste. It's in there. It's in there. What are you looking for? My necklace. You know, with the metal. Well, where's the last place you saw it? Really? All right, all right. I'm just trying to help. If you want to help, help me look for it. I'm looking. I'm looking. Uh, you know we'll find your metal eventually. The nest isn't that big. What if I lost it outside? Uh, yes. That would be a problem. Worst case scenario, we can make another one. Which do you want? Metal for best cook? For distinguished service under the sheets? You don't understand. I've always had that metal. Since I was a baby. This is the last memory I have of my parents. Okay. In that case, uh, and you never take off your metal? No. Except when I shower, I guess. The string doesn't do well in water. So? Did you check out the shower area? Oh, okay. Yeah, yeah. Schlafen gehen wollen wir jetzt noch nicht. Feuern. To us. So, das wollte ich eigentlich machen. Hey, that's really good, actually. Yeah. Yeah. They're really strong, too. Do you remember the first time you talked about leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my Mom. I was just angry. Oh, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, come on, let's go. Hm? I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight, you hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the Uplands? Yes, the Uplands, that's it. Oh, Plute, I remember. It was in Frovesember, it was super cold out. I was freezing, I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside, so I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Wait, so that means, if I hadn't misunderstood that night... I wouldn't have caught a cold. No, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure, but if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea, with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I looked like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So, who knows? Maybe I would be living happily in the apiary with my mate. Really? The cookies? That's what made you fall in love? In my defense, they were some excellent cookies. But no, idiot, it wasn't the cookies. It was the thoughtfulness. I was sick, my nose was all swollen, croaking voice. I was a mess. And you just showed up, without me asking. I'd only known you for barely three weeks. You took care of me. You baked me some cookies. You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen. And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you. What was it? Did you fall in love, or did you hate me? Well, they're not mutually exclusive. Kinda like Salty Sweet. Here, give me a taste. Ach, du grüne neune neune, wollte ich sagen. Neue Gleittricks. 360 Grad Sprünge, Greifsprünge und Backflips. Ach, okay, okay. Gut. Max Gesundheit erhöht. Seine maximale Gesundheit hat sich erhöht. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Desto besser unsere Beziehung quasi ist, desto häufiger wir wahrscheinlich dann feiern, wenn wir feiern können. Das ist dann wie so ein Level Up, in dem sich dann irgendwas random einfach erhöht. Wie jetzt zum Beispiel das Springen und die maximale Gesundheit. Okay. Gut. Hier kann ich immer noch nichts machen. Ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt wieder nach draußen, glaube ich. Los geht's. Hm, ich meine, wir waren jetzt irgendwie lange hier drin. Uh-oh. Ich kann mich nicht mehr sagen, ohne zu wissen, was das geht. Es geht um deine Skidding-Skills. Oh. Ich würde sagen, dass du ein bisschen mehr trainierst. Okay. Ich zeige mir. Du bist nicht verrückt? Warum würde ich verrückt? Ich liebe dich lernen. Ich liebe neue Dinge. Okay. Ich gehe auf ein paar Threads, um zu練ern. Wenn du durchst, kannst du dem Flugstrumpf folgen. Ohne Anzeigen. Ich glaube, ich muss so eine ganze Menge lernen. Nein, ganz so funktioniert das auch nicht. Jetzt sind die Echsenfächer auch hier. Das war zu weit gedriftet. Okay, ich habe es auf jeden Fall fast verstanden. Ich habe es auf jeden Fall verstanden, aber auch nur fast. Ähm, wie gesagt, aber auch nur fast. Ähm, das funktioniert nur nicht ganz so wie das. Ich bin einfach zu blöd dafür, dass, äh... Oh Gott. Ich glaube, du kannst den... Ja, aber... Ich... Ich kann dem ja nicht folgen. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, ich ver... Ich missverstehe das Ding einfach. Wie gesagt, ich missverstehe das Ding einfach. Denn wenn ich driffte, passiert das hier. Wenn du drifst, kannst du dem Flugstrumpf folgen ohne Anzeigen. Und wenn du drifst, kannst du den Flugstrumpf gehen ohne Anzeigen. Gut, wenigstens wird man nicht gequält, das hier weiterzumachen. Grunz. Oh. Ich will ihn weiter kraulen. Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Aber das wisst ihr, glaube ich. Gut. Ähm... Nehmen wir an, zum reparieren brauchen wir wieder... Ach du grüne Neuner. Gut. Ich würde dann mal sagen, wir suchen nach Frost. Aber wahrscheinlich... Schauen wir mal das erst am nächsten Part. Wir sind nämlich bei 22 Minuten. Gucken einfach erst mal. Gucken einfach erst mal. Denn da hinten gab es ja auch noch mal ein Part, den wir benutzen konnten. Genau zu diesem Fall will ich. Einfach um auch zu sehen, ob auf der anderen Seite Rost ist. Ja. Und somit wissen wir auch, was wir im nächsten Part tun werden. Und ja. Und ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Auch wenn wir nicht allzu viel gemacht haben. Aber... Mal gucken. Hier werden auf jeden Fall wieder Kämpfe stattfinden. Ich sehe da hinten schon Viecher. Und... Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020